so hallöchen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's test es wird wahrscheinlich kein display von warframe warframe gibt es an sich schon ziemlich lange und zwar seit dem 25 märz 2013 also schon drei jahre und es ist momentan in der open beta ist free to play also ihr braucht nichts bezahlen für das spiel es sei denn ihr wollt euch in game spiel inhalte kaufen ohne dass ihr stundenlang dafür im spiel zocken müsst um euch das mit der ingame währung zu verdienen ja worum geht es in dem spiel weil ich jetzt erst mal sagen bevor wir hier zu gucken wie der ladebalken so langsam nach unten läuft ich muss mich dann noch glaube ich anmelden und dann sind wir dann aber schon in dem spiel also das ist free to play cop third person shooter für windows playstation 4 und xbox one entwickelt wurde es von dem vertrieb digital extremes und läuft auf der engine evolution engine habe ich noch nie gespielt gibt doch seither nur diese 22 spiele die auf der engine laufen und zwar einmal dark sector das war das erste spiel und jetzt hier warframe das zweite es gibt verschiedene also es geht erstmal darum wir spielen dann einen außerirdischen können wir uns am anfang aussuchen und zwar ein teno wie wir den da gerade in der beschreibung sehen auf dem bildschirm und ja bekämpfen bekämpfen eigentlich alles mögliche also es gibt auch eine geschichte dazu aber eigentlich geht es geht es in dem ganzen spiel darum hauptsächlich zu töten ist halten shooter game ein eco shooter mehr oder weniger also man kann aber auch mit anderen zusammenspielen das finde ich das schöne dran und deshalb habe ich es mir runtergeladen oder lade ich es noch runter ja es gibt verschiedene rassen von außerirdischen und ja man spielt selbst auch eine außerirdischen rasse und steuert halt in teno waffen ausrüstung und rüstung sind mittels sammelskarten artigen upgrades den mods genannt oder siegeln zu verbessern die kann man alle in den dungeons finden die man im laufe des spiels so abarbeiten muss dafür gibt es dann verschiedene modi dieser dungeons also bestimmte aufträge also verschiedene aufträge dann meinetwegen töte alle oder tötte nur was weiß ich 30 so was in der richtung so genau weiß ich da jetzt auch noch nicht bescheid ich habe mir mal so drüber gelesen sag ich mal was mich da so erwartet ja und wie gesagt ist man kann sich im spielshop sag ich mal aufwertung kaufen rüstungen waffen neue helden und das ist halt alles mit der im game währung bezahlbar die man sich selbst erarbeiten kann im spiel also es ist alles auch selbst erspielbar was man sich alles auch mit geld erkaufen kann man sie praktisch aussuchen also es ist ja so also es ist nicht wie gesagt das spiel finanziert sich dadurch dass leute denken oh ich will jetzt aber nicht unbedingt jetzt 20 dungeons warten bis ich meinen neuen helm habe oder so und ich bin ich durch so mit dem intro und jetzt würde ich sagen ich warte noch eine weile bis das hier soweit runtergeladen ist und dann sehen wir uns gleich wieder weil ich hatte jetzt keine ahnung ob ich zeit genug habe im intro noch diese ganzen informationen runter zu rasseln von daher habe ich das jetzt einfach mal vorher hier im ladebildschirm gemacht ich hoffe das ist nicht schlimm also wir sehen uns gleich wieder tschüss so da bin ich auch schon wieder zurück mit rufen ein bisschen nehmen wir sind für mich jetzt der so jetzt dass ich es nicht so gut das ist so gut wie ich es seit dem dann hier aber nicht so gut 1 die ich in den rehen die ohne viel zu finden die ich kann ich nicht mehr so gut was aber du bist so gut ich kann nicht mehr wie ich mich glaub ich machbeige das ist dann das ist dann Der sieht ja schon mal sehr nett aus. Der sieht ja schon mal gut aus. Ja, jetzt können wir unseren Warframe auswählen, also unseren Spielcharakter quasi. Excalibur haben wir hier. Schade, dass ich mir den nicht richtig angucken kann. Excalibur bietet eine perfekte Mischung aus Mobilität und Angriffskraft und ist der ideale Warframe-Hünder-Spieler. Schwertstoß jagt den Gegner zu Gegner und schlagt mit der erhabenen Klinge zu. Radiale Blendung. Das sind die ganzen Attacken. Die Mag. Das sieht weiblich aus. Könnte ich zumindest machen. Mit magnetischen Kräften ziehst du Gegner zu dir, betäubst sie und bringst sie in Nahkampfreichweite. Magnetisieren. Erzeugt ein magnetisches Feld um das Ziel, welches nahe Gegner festhält und Schaden über Zeit verursacht. Das Feld reagiert auf Kugeln und Splitter, die durch Polarisieren entstanden sind, um den Schaden zu erhöhen. Hört sich gut an. Die Volt. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Schließt ein elektrisches Projektier. Also alles ziemlich elektrisch. Also das sind so sowas wie die Magier, glaube ich. Und das hier ist sowas wie der Krieger. Aber ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich mal das hier probieren, weil ich über meinen Freund schon die Excalibur ausprobiert habe, kurz. Ich werde das wirklich mal probieren hier. Keine Ahnung. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. You're my prize now. Denno. No! Oh Gott, ich habe ja mal, äh, kann mir mal jemand sagen, was ich tun soll? Ähm. Hä? Drücke, warte, 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 warte. Ich bin gleich tot, aber drücke eins für so. Irgendwas bringt das? Oh, ich dachte, ich muss hier raus. Ah, okay. Okay, das funktioniert anders wie bei dem anderen. Also die Attacke zu... Bewaffne... Wo, wo soll ich? Oh, aha, 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 wir haben hier eine Karte. Oh Gott. Haltesch... L-Schiff zum Sprinten. Äh, 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 ja, okay. Äh... Was soll ich drücken? X. Aha. X, aha. Da haben wir noch ein Schwert oder sowas. Ah. Aber ich will den Stab haben. Cool. Yeah. Yeah. Äh, was, Strach und... Äh, 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 eltern. Und... Also die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig, was? Ich soll das Waffenlager angreifen. Das hat echt eine gute Reichweite, muss ich sagen. Sekundärwaffe. Okay, das war nichts. Ähm... Ah! Ah, das Messer, alles klar. Die heilte, ich muss in die andere Richtung. Mensch. Oh, ist das aufregend. Ähm... Huch, bin ich hier gelandet? Ich muss doch jetzt... Bin ich... Ja, ich bin doof. Warte. Ne, ich muss doch... Oh, ich habe ja keine Fernkampfwaffe, von daher ist es ja... Schließen. Bringt jetzt hier in dem Fall gar nichts. Da hinten sind noch welche. Okay. Äh... 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 Oh, oh, ich sehe gar nichts mehr. Jetzt muss ich mich hier mit dem Ding hier durchschnitzeln, das ist aber... Passhalte, während du dich bewegst, um zu rutschen. Ähm, ähm... Hm. Oh Gott. Also, das ist jetzt echt, ähm... Ah. Ich verstehe, okay. Was du nicht sagst. Tippe eh für schnellen Nahkampf. Juhu. Oh, nicht die Jagdfrau ist es nur wieder. Der sieht aus wie so ein U-Rang-U-Tami. Oh? Was? Oh. 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 I've marked the console on your map. You need to access it to release the lockdown. Get out of there Tenno. You will have to face war another time when you're fully restored. My sons prepare the reinforcements. We need that Tenno. Scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Oh, 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 oh! Muss ich jetzt hin? Hier lande! Oh, 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 oh! Kann ich das hier aufnehmen? Ja. Ähm, hm. Muss ich denn jetzt, warte mal. Doch, hier ist hier lang. Ah, okay. Ah! Äh, eins? Hallo? Teno! Attach! Oha. Ich bin gerade sowas von... fertig. Ich sehe schon, ich als verschwommen. Ich will gucken, ob ich das schaffe. Oh Gott. Die Kalbe bewegt dich zur Wand gerichtet, während du Space drückst. Ah! Da ist doch wieder einer. Geht nicht? Okay. Wähle Primärwaffe. Schon wieder? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich werde bald sterben, glaube ich. So kann ich viel abnehmen. Und die starten mit sich mit E, alles klar. Ah! Na toll. Oh, die Fresse. Oh Gott. Was? Uh-huh. Okay. Okay. Ich bin gleich tot, glaube ich. Wie viele sind denn das noch? Oh Gott. Oh Gott. Was? Also ich komme mit diesem ganzen... Oh Gott, ich spreche mir hier die Finger echt gerade. Ohne Müll jetzt. Ich spreche mir so die Finger. Irgendwie strong und VHSD und noch hier E und da noch ein bisschen 1 und manchmal geht die 1 und manchmal geht sie nicht. Also muss ich mich jetzt echt... Was? Oh Gott, und das ist jetzt unser Schiff hier? Oh, das ist schon cool gemacht, ne? Arsenal Management could be restored, if the Operator wishes it. Vor allem, wie soll ich denn jetzt... Kann ich hier keine Waffe wählen? Ne, schade. Ich wollte das gerade jetzt noch mal ein bisschen testen. Scanner aus. Schifffunk reaktivieren. Okay. Wie kann ich das tun? Hm. Hat er mir bestimmt gerade erzählt, aber ich habe das echt... Echt jetzt nicht ganz mitbekommen. Segment installieren. Okay. Hm. Okay. Was habe ich da eigentlich im Gesicht? So eine kreisende Weltraumscheibe oder so? Sieht lustig aus. Hm. Ich sehe irgendwie aus, als wäre ich ein kompletter Cyborg und kein Alien, aber hm, ja. Genau. Das... Wahrscheinlich ist das alles noch Zukunftsmusik. Ah. Was haben wir hier Schönes? Also irgendwie ist mein Stab jetzt weg, das verstehe ich auch nicht ganz. Ach, jetzt habe ich hier diese kleinen Dolche. Äh, was ist das? Ohne Rang, ohne Rang, ohne Rang, ohne Rang. Vielleicht... Ich glaube, die Waffen gewinnen auch an Ränge, je länger man mit denen kämpft. Also ich muss sagen, für so ein Spiel, für das man eigentlich nichts bezahlen braucht, ist es... Ich habe keinen Begleiter. Und dafür brauchen wir 75 von diesen komischen... Was ist das da? Das da. Aber... Ja, dauert nicht mehr lang, dann könnte ich mir sogar einen machen. Könnte ich mir jetzt kaufen. Hm, ah, hier steht's. Diriger mit dem fullen Scharfschützengewehr und dem Verhaltensweisen... Blablabla... Blablabla... Bedrohung aus der Ferne... Blablabla... Aha, okay. Das sieht auch lustig aus. Das sind eigentlich alles so kleine Computer, ne? Deathcube? Süß. Schade. Mit Rache und Geist als Standardverhaltensmuster eignet sich auch Schade ideal für verdecktes Vorgehen. Schade. Oder Shade, oder wie es jetzt genannt wird, verfügt außerdem über eine Feuerstoßlaserpistole. Was ist hier? Das sieht cool aus. Das sieht geil aus. Was macht das? Würmen. Mit Krieger und Mengenzerstreuung als Standardverhaltensweise ist Würm ein sehr offensiver Wächter. Er ist darüber hinaus mit einem Lasergewehr ausgestattet. Dieser Gegenstand benötigt zwei freie Wächterslots. Ja... Ich... Weiß... Auch nicht. Also hier können wir uns jetzt erstmal sowieso nichts kaufen, weil zu wenig. Aber... Das hier war mein Stab, ne? Aha, und hier können wir noch weitere Waffen kaufen. Das ist ja geil. Boah, der ist ja auch krass. Der kostet auch gut. Am Fiss. Schick, schick. Das erinnert mich so ein bisschen an Guild Wars. Wo bin ich denn? Ach, da. Entschuldigung. Konnte ich mir gerade nicht verkneifen und den habe ich gerade. Genau. Ne, da lieber mit dem Stab. Ich... Ich mag das Gedingste da mit dem Bogen nicht so. Ähm... Was ist das? Was? Äh... Es sind irgendwelche Emotes, die ich aber noch nicht... Ähm... Da kann ich mir... Da muss ich mir jetzt Emotes ausrüsten? Echt jetzt? Ähm... Gut, okay. Ähm... Hm. Ähm... Hm. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Na gut, okay. Und winken kann ich auch nicht. Okay, das ist noch nicht so ganz... Ist noch nicht so ganz ausgereift, glaube ich. Zurück. Fähigkeiten. Ah ja, okay. Ja, das hier werde ich auch erst mit den verschiedenen Rängen wahrscheinlich erlernen können. Wieso habe ich jetzt schon wieder den Bogen in der Hand? Ach ja, alles nicht so einfach. Hihi. Nee gut, dann haben wir doch irgendwie... Äh... Äh... Sag ich mal so. Was ist das hier? Ihhh... Ihhh... Hier komme ich nicht raus. Hier komme ich auch nicht durch. Hier auch nicht. Und was ist das hier schönes? Das mal auch nicht. Okay. Schon schick gemacht, muss ich ja sagen. Sieht hübsch aus. Oh, was ist das schönes? Offline-Segment nötig. Hm. Sternkarte. Oh, die Erde. Ah. Hier kann man sich... Oh Gott. Warte mal, das ist eine Mission. Alles klar. Um den Schiffsfunk zu reaktivieren, müsste ich diese Mission auf der Erde machen. Okay, es gibt hier verschiedene Missionen und es scheint auch zum Mars zu gehen. Ah. Interessant. Interessant. Und dann haben wir da wieder Missionen. Dann geht sie zu Venus. Und dann haben wir da wieder Missionen. Schön, schön, schön. Also es strotzt vor Missionen. Merkur. Oh. Sorry. Sorry, sorry. Ähm... Ah. Also... Void? Duschu? Okay. Und dann decke ich wahrscheinlich so rundum auch nochmal auf. Und... Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die kennen wir ja alle. Eris sagt mir nix. Pluto sagt mir was. Phobos sagt mir nichts. Seedetna sagt mir auch nichts. Und Ceres auch nicht. Und Europa ist der Mond vom Jupiter. Das ist klar. Und Void... Nein, keine Ahnung. Sieht aus wie... ein explizierter Stern oder eine neue Galaxie. 1, 2, 1. Okay. Alles klar, meine Lieben. Und da ist auch schon die Erde. Wie schön. Ähm... Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann mal... oder versuchen wir dann mal unseren Funk da... unseren Schifffunk zu reaktivieren. Und in diese eine Instanz da reinzugehen. Okay. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschü tschü. Musik Ja, da sieht ihr schon seine Spezialattacke sei nicht plus dann... der macht ganz schön Schaden. Hilfe, Hilfe. Ich glaube, ich platziere mich mal hier und dann werde ich den mal abschießen, wenn er jetzt nicht angreift. Ich hoffe doch.